Schauen wir es doch ganz kurz an, was Siemex, dieser Knecht, um mich zu sagen, äh, was, äh, 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 genau, so, chat, ja, mhm. Wir schauen mal ganz kurz, was er hier sagt, Revi, lass es. Leute, was geht, unser zweitbester Freund, mittlerweile sogar bester Freund. Bitte was? Revi hat ein neues Video hochgeladen, Siemex, peinliche Ansage gegen mich, warum machst du so? Bruder, ich sag dir jetzt ganz genau, wieso ich's so mach, falls ihr neu auf dem Kanal seid, hier, Daily Videos, lass... Okay. ...unbedingt ein Abo da, ansonsten eben los, let's go. Ihr habt alle drauf gewartet, meine Freunde, es ist mal wieder so weit. Oh ne, ich hab das gleiche Hemd an wie letztes Mal, wie peinlich, ich hab nur ein Hemd. Der YouTuber, Siemex, hat eine Ansage an mich veröffentlicht, Ansage an Revenzeit, das Video hat ganze 44.000 Aufrufe gemacht, dem jungen Mann helfen wir jetzt an der Stelle erstmal hier nochmal. Kuss geht raus, dass du mir hilfst, danke für deine Reaction, das Ding ist, ich war die letzten Monate nicht so aktiv, dann nochmal einen Monat bei dieser Fernsehshow gewesen und in Deutschland... Fernsehshow? Was für eine Fernsehshow war der? ...in Deutschland bei der Family, da ist es klar, dass der Kanal so ein bisschen stirbt, vor allem wenn man davor fast nur Daily hochgeladen hat. Hat er sich grad bei mir bedankt? Hat er Danke gesagt? Aber ja, was soll man machen, wir arbeiten uns wieder nach oben. Ich bin gespannt, ich hab mich in dem Video relativ neutral verhalten, schauen wir mal ganz... Ich fand nicht, dass er sich so neutral verhalten hat, aber... Ich fand schon, dass was du grad sagst, ist nicht neutral. ...meinung... Ganz kurz, was da jetzt... ...auf uns wartet, let's go. Es gibt mal wieder kein geiles Video heute, deshalb nehmen wir einfach die Reaction auf die Ansage auf Siemex, danke für den Free Content. Won't die! Ich küsse auch dein Herz, danke auf jeden Fall für den Content von deiner Seite aus. Jetzt reicht's aber auch hier mal, oder? So, das ist jetzt die vierte Facecam, die hier drin ist, what the fuck. Ich hab sogar das gleiche Hemd an wie der Bastard da unten. Da! Und dann hab ich gesehen, dass unser zweiter... Ey, im Chat, wieso reagierst du immer nur auf Siemex ETC? Kannst du auch mal kleinere YouTuber pushen? Brudi, liebender, tanzender Unterstrich-Wundertüte, das Problem ist, wenn... Siemex, du hieß den Chat? Wenn ich weniger Abos hätte und weniger Klicks bringen würde, würde kein Mensch auf mich reagieren. Stimmt nicht, wenn du netz und scheiß Content machen würdest, würde ich auf dich reagieren. Deswegen mach einfach so viel Blödsinn, wie es geht. Siemex hat auch das gleiche an, oder? Ne. Bekomm irgendwie Klicks und dann geht das schon, dann kannst du auch nach Barcelona ziehen in so ein großes Haus und die krasse Sachen. Es gibt... er liest den Chat mehr als ich, ja, das ist richtig. ...kauf. Es ist der Freund nach iCrymax, der gute Revi, auf mein Video reagiert hat. ...f***ing Cap, I call f***ing Cap mein, because... ...er hat auf meine Kommentare unter dem Video sogar geantwortet. Er wusste, dass ich die Reaction mache. Also erstmal einen auf von wegen, ah, bruf, ich hab dies und das gemacht. Na, 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 not like this, not like this. Erstmal wusste ich das, erstmal wusste ich das, dass ich dieses Video mache. Wahrscheinlich irgendeine, ja, das sag ich immer so bei Reactions, das stimmt, ich... Aha, Exposed. Ich wusste es wirklich, aber... Ich glaube, alle Powerpuff-Girl-Autos sind... Was ist eigentlich gerade bei iCrymax los, kann mir das jemand erklären? Ich wusste halt nicht, weil das hochlädt, das hab ich wirklich zufällig gefunden. Gestellte negative Reaktion. Der hat White Mode drin. Wir schauen uns jetzt die ganze Geschichte an und... Das hat er gar nicht getrassiert. ...werden seine Argumente entkräften. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, lasst ein Abo da und ich würde sagen... Ihr schreibt die ganze Zeit, dass Zemax irgendein neues Video gemacht hat. Spanische Frauen bewerten Zemax und... Es ist... Es ist... Riecht die Flix. Was geht? Wir sind jetzt in der Barcelona-Innenstadt, wie man seh... Äh, nicer Drip, Bro. Chillig. Hä? Der sagt ja gar nichts. Der schnurbert. Hallo. Ich schnurbert extrem gut, Mann. Danke, Mann. Nice gefärbte Haare feier ich auch. Also, Leute. Chill, Mann. Ich bin jetzt mit den ersten... Ich komm nicht hinterher. Ich bin zu überfordert. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Ich weiß nicht, wie ich es heißen und ja... Ich komm dann auch vom Bisschen, ja? Äh, first I... What a way to death. Hä? Das ist doch jetzt dein aktueller Upload. Der sagt die ganze Zeit gar nichts. Hallo? Leute, ich muss dazu sagen, ich hab noch nie eine Straßenfrage gemacht. Ich hab noch nie einen... Warte. Ich mach's anders. Nichts haben. Danke, Sofira. Dankeschön. Wie mach ich einen Pfeil nach unten? Ach ja, ich hab einen Kau. Hilft das? Ich hab ein Mikrofon benutzt. Ich war voll verwirrt. Ich war... So, so wie... Chat, mach dein Ding. Ja, Chat. Das ist, was ich mag, Chat. Wie er sich jetzt fühlt, so war ich auch. Ich war so... Er sagt nichts. Was bedeutet das? Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Gar keine Ahnung, was das sein soll. Was macht... Hehehe, I can't wait to dunk nicht. Was mach ich hier eigentlich? Es ist wirklich komplett ungewohnt. Au, au. Aber sagt der irgendwas? Moment mal. Hier, oh Gott. Hä? Das waren halt die ersten... Hallo? ...über die rechts unten von dir. Aber, der hat sich so viel Arbeit. Danke schön. Eine Facecam von der jetzigen Aufnahme. Links oben die erste Reaction von Revi. Links unten die zweite. Ach ja, hier ist ja nochmal eine Facecam... Oh mein Gott. Jetzt wird es zu viel, Chat. Jetzt geht es nicht. Hier ist nochmal eine Facecam dazwischen. Hier ist nochmal eine Facecam dazwischen. Wir haben keinen Platz mehr. Wir haben keinen... Wir haben keinen Platz. Okay, wir machen es einfach so. Ich bleibe in der Mitte, okay? Rechts oben unsere Reaction. Perfekt. Als YouTuber ist hart. Absolut hart, Bro. Es hat sich ausgedrückt, okay? Hä? Sie sieht auch sehr... Also sie sieht aus, dass sie sich wohlfühlen. Welchen... Welchen... Welchen Typ sie... Wir haben sie gezwungen. What? Nee, da ist auch eine Facecam. Fuck, Bro. Ja, zum Nachdenken. Das zu sehen ist schon echt lustig. Aber das Ding ist, die achten halt wirklich auf jede Kleinigkeit. Beziehungsweise eher... Jetzt, 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 jetzt kommt die Ansage von Ellie, die wir jemals gemacht haben. Bro, ich bin deutsch, ich achte auf jede Kleinigkeit. Okay, sorry, Chad, ich konzentriere mich hier wieder, alles gut. So, es ist ein bisschen unangenehm. Findet ihr nicht auch? Jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt, 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 gebt euch das. Jetzt, 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 gebt euch das. Ellie wird ihn jetzt auseinandernehmen. Hä, bei anderen sind... Achtung, jetzt geht's los. Achtung. Okay, aber Hauptsache, wir machen das, es ist unangenehm. So. Hä? Hä? Und Leute, das ist einfach... Jetzt kommt sie. Achtung. Achtung, 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 Postchamp. Was wir machen, dass man mit einer Lupe schaut. Ich mein, wir... ...worfen werden. Also, ja, ich... Ja, da. Ja. Dinkling, viel Spaß im Hochladen dieses Videos. Ich bin zu verwirrt. Ich kann mir das nicht angucken. Das ist unmöglich. Wie soll ich denn da noch durchlehnen? Äh, wie soll ich denn da noch durchstehen? Äh, durch... Wie soll ich denn da noch durchlehnen? Durchstehen? Durchlesen? Wie soll ich mir das noch durchlesen? Also, ich... Tut mir leid, ich verstehe es nicht.